Super! Ich bin überzeugt, das sind drei heisse Lampen. Das ist Diagnose. Super. Wettkampf Cédric. 97,5 km sind bestätigt. Jetzt aber abends steigen wir uns ein bisschen auf unter 5 km. Das für den dritten und letzten Durchgang von Nelson Cancruz. Unter 5. 0. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Und aus dem Ziel klarer und total größeren Besuch, dass ich Applaus die ersten Minuten. Und die Begegnung zwischen den Menschen und den Menschen wie sie und den Menschen in den Menschen haben. Einfach zuhören. Du merkst sie auch. Wir drücken die Tülle, in diesem Fall doppelt und offen. Und es ist dafür gefällt, dass wir sie in dem Rahmen durchziehen. Stab jetzt. 1 Minute, aussenhalb vom Wettkampf. Aber 100 Kilo ist persönlicher Rekord. Die Helfer links und rechts, sicher aufmerksam sein. Halt die Schiedsrichter ebenfalls. Go! Drückt, kurz, kurz, kurz. Jawohl! Einen Applaus! Tendi, gratulieren! So, die magische Grenze von der Pion. Die nächste, die von Eva, in der Kategorie Altgritte. Bei der Dame. Schiedschen Sie mich, Rachen. Wir können mal, es ist bereit. Wir können jetzt 1 Minute von dir. Wir müssen gut aufkommen. Wir müssen gut aufkommen. Wir müssen gut aufkommen. Wir müssen gut aufkommen. Der Start ist gut. Ich möchte einen Applaus, Michaela. Gut, wachsen. Deine Achtzio sind bereit zum Start auf den Wettkampf. Für eine Minute. Wir müssen gut aufkommen. Wir müssen gut aufkommen. Jetzt bin ich drückt. Aber jetzt, eine Minute. Wir müssen gut aufkommen. Wie durch, Style und Sie. Eine Minute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.